Wir lagern Waffen doch nicht, wir bauen sie nur und setzen sie gegen Zivilisten, äh, gegen Notz ein, ja. Fahr mal da inne. Fahr rein, da kannst du rausgucken. Kann scrollen! Theoretisch, wenn die Auflösung nicht so hoch wäre und das Fenster deswegen nur ein Ding einnehmen würde momentan noch. Hey, vielleicht kann ich dann wieder den Kloßartigen Mammutpanzer bauen. Bau abgeschlossen. Was, wie, wann, wer? Sehr gut. Einheit bereit. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Hallo Disruptor. Ich hoffe, die haben keine Raketen hier oder sowas. Das ist echt eklig. Aber die haben hier vernichtet, deswegen können die ja nie wieder kommen. Was irgendwie noch nie das Spiel davon abgehalten hat, dass sie wiederkommen. Das ist doch in jedem Teil so. Man verhindert, dass die ultimative Super Wache, Wache, Waffe, die dann eh total scheiße ist, gebaut werden kann. Dann spätestens eine letzte Person hat er sie eh. Ja, und hier? So richtig die Verschwendung von Zeit ist das im Prinzip. Um jeden Preis. Ich verfeuere 2 Milliarden Einheiten und 150, dein 250 Milliarden Könnitz. Aber hey, ich habe die Kodiak beschätzt. Einheit bereit. Es steht doch in keinerlei Realisation mehr. Was kostet das so ein Ding schon? Nee, ich kann Feuerstuhl gerade bauen. Kann man, glaube ich, ohne diesen kleinen Minipatch erst im Addon, oder? Keine Ahnung, ist mir egal. Ich bau das Scheißteil nicht. Ja, hier. Baut es mal ernsthaft jemand? Ich glaube, selbst im Multiplayer ist das Ding scheiße. Ach, ich habe davon, dass du da ganz andere Probleme hast, wenn du gegen die KI spielst. Ganz andere Probleme. Nicht so voll? Nein, noch nicht ganz. Aber Spaß. Äh, wir werden aber mehr aus. Brauchen wir gleich 5 Stück. Was ist denn 2? Ach, ihr seid 2. Okay. Da kommt ein voller Sammler. Ja, hier. Der ist voll. Ja. Oder ist gut? Ich war auch schon mal voll und dann bin ich nach Hause gefahren. Ja, hier. Da habe ich wohl den Zeilen gehalten. Die waren auch voll in Ordnung. Einheit bereit. Ja. Der zählt gerade mal wieder völlig zusammen. Sehr gut. To-Do-Liste. Abhaken. Einheit bereit. So. Einheit bereit. Ich triff dir in eine Ecke ab, die ich nicht will. Was sind 90 Nazis in einer Ecke? Ein rechter Winkel. Ah. Schieß mich doch bitte. Bau abgeschlossen. Schieß mich doch. Ey, die passt da nicht mehr rein. Einheit bereit. Ähm. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ungünstig. Einheit bereit. So ein kleines Bisschen, also irgendwo auch die. In Ordnung, Sir. Ja, Sir. Nee, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin da als Special Mission. Ja, hier. Du bist schlau und gut, äh. Fahr die auf. Sammler wird angegriffen. Ach, halt. Wie geht das denn? Jetzt brauchen wir besser noch ein Fachwerk. Ja. Ja. Aber jetzt nie, wenn man ein Fachwerk braucht. Bau abgeschlossen. Ich hab Disruptoren. Ich hab Disruptoren. Der Rest ist mir alles scheißegal. Scheißegal. Der Rest ist Kloßbrühe. Ja. Sir. Ja. 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 Ich hab'n was. Basisturm, eigentlich wirklich. Ich hab Disruptoren. Das ist dran oder so was. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. So. Ernte. Für die Macht der GDI. Nein, nein. Ich red schon wieder. Ja. Ich red schon wieder. Das ist ganz schlecht, ich weiß. Zu wenig Geld. Sollte ich aufhören. Das sollte ich aufhören. Leistungskurs im Deutsch. Habe ich übrigens. Im Deutsch, ja. Nein, du fährst so längst. Okay, scheinbar hat Not keine Raketen, sonst hätte ich es schon längst gehört. Und auch wahrscheinlich gesehen. Also die Raketen vielleicht nicht, aber zumindest den Effekt, den die Raketen haben. Das Schöne ist, ich bewege mich hier kaum, deswegen werden die wieder so wunderschön klein. Kleiner als, keine Ahnung, Siedler. Wobei Cold Zero auch noch recht klein wird. Auch sehr klein würde Mardu Brothers werden, wenn ich nicht als eine Folge überhochladen würde. So eine Stunde Aufnahme oder so. Oder noch mehr. Ab in die Waffenreiche. Ja, ja, mehr, mehr, gib mir mehr. Was kostet das Ding überhaupt? 1.300. Billiger als ein Marmepanzer. Dreimal so effizient. Was explizieren da? Da stand doch gar nichts, oder? Stand da irgendwas? Baum. Komm, ich will einen Tipp, was das ist. Eine deutsche Eiche. Eindeutig. Deutsche Eiche stehen immer irgendwo im Ausland. Wo bin ich überhaupt, ich hab keine Ahnung. Nicht in Deutschland. Also in irgendein unterentwickelnden Entwicklungsland, wie, keine Ahnung, Amerika oder so. Oh, ich kann mir keinen Sounder vormergen, weil ich nur 5 Dinger insgefühl. Ich kann hier nicht einfach einen Kredit bei der Bank aufnehmen und danach die Bank auslöschen. Nein, das wäre doch viel einfacher, oder? Einfach mal so zur Bank fahren und dann so mit dem Ruprohr von der Bank fahren und dann, hey, ich möchte keinen Kredit aufnehmen. So viel wie möglich und dann einfach mal reingeballert. Was wollen sie machen? Mich verklagen? Einheit bereit. Sie reden nicht mit mir. Ah, ist. Einheit bereit. Sie reden wieder mit mir. Ja, bitte, Sir. Also wenn sie Lust haben. Naja. Was auch immer. Ich muss jetzt gar nicht wissen. Mein Mauszeiger flimmert. Soll ich mir da jetzt Sorgen machen? Also je mehr, dann müssen wir noch da. Ach, da können wir noch ein bisschen warten. Je mehr Destruktoren, umso besser. Wenn nicht uns Waffe Nummer 1. Zum Glück baut dann in der Kampagne die KI nicht davon ganz viel, sonst wäre ich echt verloren. Einheit bereit. Lauf bitte hoch. So, einsam da brauche ich noch. Wohl für fünf. Ja, hier. Ja, hier. Zu wenig Geld. Boah, den Himmel erschieße ich auch. Dann hören die Blitze endlich auf. So, brauche ich noch irgendwas. Äh. Ich denke nicht. Gute mal das Gebiet hier noch. Kings Edge ein, denn? Alles klar, verschlossen. Und lauf hier runter. Äh, wie sind... Hä? Was ist das denn jetzt hier? Grafikfehler am Kartenrand. Einheit bereit. Soll die so sein? Oh, noch ein Disruptor. Hä? Nein, dich lasse ich stehen. Ich scheinbar habe ich tatsächlich irgendwie den Trigger gepackt. Geil. Ich lasse dich da stehen, bis du schwarz wirst. Aber ich bin schon Schwarzer. Verdammt. Hm. Ist das rassistisch? Gute Frage. Gibt es da Schwarzer? Ich weiß es gar nicht. Das sind bestimmt voll die Nazis alle. Mein Kane ist ja schon so ein Glatzkopf und so. Ein Glatzkopf ist ja automatisch ein Nazi. Wer ist anders behauptet, ist auch ein Nazi. Wer darf Dinge nicht differenziert sehen? Muss das alles in einen Topf warten? Sonst ist das ja scheiße. So, dich lasse ich stehen, habe ich gesagt. So, wo haben wir denn da die Artillerie? Die ist da. Schade. Oh, wie niedlich. Ja, kommt vor allem mal zu, Jungs. Mädi mal weg. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, ich habe euer Spielzeug kaputt gemacht. Ist mir echt schon scheißegal. Oh, ich bin so böse. Oh, da dampft einer schon. Es soll doch nicht immer mal geschlossene Tür rauchen. Dafür einfach nur dieses Kippfenster eingebaut, ihr Idioten. Kippfenster im Panzer machen. Das ist so sinnvoll wie Kippfenster im U-Boot. Die, die meinen es im CDLT schauen, wissen, was ich jetzt meine. Und wenn nicht, dann schämen wir euch. Und wenn ihr es nicht schauen, dann schießt euch. Wenn wir jetzt blöd nicht schauen, ihr seid voll lebensunwert. Okay, ich speichere jetzt besser mal, bevor ich dann hier gleich eine Armee auf dem Hals habe, weil ich auch so Alexander gekült habe. Also, außer Szenen habe ich dann auf den Not-Sammler geschossen. Und dann war der Blut-Sammler so. An Versehen, das war ein Unfall. Ich wollte gar nicht. Einfach so passiert. Ich hoffe, ich habe die Bären zu sammeln. Das ist meins. Halt die Bären aus, ne? Oh, halt das Ding viel aus. Oh, da ist ja noch einer. Jetzt übertreibt es mal nicht, Jungs. Da kommt nichts. Was habt ihr denn gemacht? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Zu wenig Geld. Hä? Ist das ein Teleporter oder was? Was zur Hölle? Wo nehmen wir die ganzen Sammler her? Wo will der jetzt hin? Das verbirgt mich gerade sehr. Gut, ich denke, ich habe jetzt ausreichend... Was zur Hölle? Wo nehmen die ganzen Sammler her? Warum fällt denn der Sammler im Kreis? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber wieso darf dieser Sammler meint die Währung ernten? Das geht ja mal gar nicht. Fortsetzung, bitte. Also, das geht so mal ja nicht, ne? Also, so jedes Mal ja nicht, Jungs. Nein, halt bereit. Das ging ja weg. Das ist Privatbesitz. Privatgrundstück. Wir treten auf Todesstrafe verboten. Kriege ich nicht mehr? Was? Was sagt mir das denn niemand? Beinheit bereit. Ja, bitte. Ja. Motor an. Ich schicke da mal drei runter. So was willst du denn da unten? Ja, Sir. Kräuft wir mal an. Hey, das ist eine Autobahn. Ha, nein. Ist ja nicht Deutschland. Ja. Nur Deutschland hat Autobahn. Das ist jetzt gerade so ein bisschen unwitzig. So ein bisschen. Hallo. Schießt. Ja, schön, dass du da unten rumläufst. Das ist auch sehr gut. Was ist das denn? Hint mal die Kugel auf. Hint mal die Kugel auf. Ah, Heilung. Okay. Ich glaube, Nordrhein-Sinn von Artillerie nicht so ganz verstanden. Also habe ich jetzt so spontan das Gefühl. Nicht so ganz, ne? Ich glaube nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wollen wir alles reparieren hier? Kannst du alles reparieren? Boah. Der Nachteil am... Nein, es gibt keinen Nachteil am Dings. Das ist bloß ein... ...eine Verschönerung der Raffinerie. Die muss immer neu gestrickt werden. Das tue ich jetzt hier nicht. Einheit berein. Neue Baumöglichkeiten. Luftabwehr. Das ist doch noch mal eine Kaserne bauen. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Was ist die Rolle jetzt eigentlich nicht schön? Wird gebaut. Verkauf nochmal. Gebäude verkauft. Das geht auch so. Wird gebaut. Ich will doch mal ein Siberium sammeln. Bau abgeschlossen. Das hättest du wohl gern. Luft gebaut. Kann nur Luftabwehr bauen. Einheit bereit. Einheit bereit. So, und Schluss. Wunderschöner. Hab dich hier Mistkerl. So, wir müssen noch mal eine Kaserne bauen, fürchte ich. Ich hab endlich gelb in der Eile. Warum bin ich gleich so? Bau abgeschlossen. Das fehlt mal eine 2 überhaupt. Alles klar. 2 läuft mir nach oben hin. Sammler wird angegriffen. Was? Was? Einheit bereit. Was? Einheit bereit. Sammler wird jetzt voll. Ein Sammler wird über dem Scheiß ein Blitz gebrochen. Neue Baumöglichkeiten. Jawohl. R.B. G. Werfer. R.G.B. heißt das doch. Mann. Ist das dumme, ey. R.B. G. Mann. Das sind die Grundfarben. Rosa, braun, gelb. Kennt doch jeder. Mann, 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 Mann. Und die Sammeln hier. Die Schläge machen mir immer noch Angst, würde ich ehrlich gesagt sagen. Die schlagen so ein. B.B. B.B. Abgestoßen. B.B. Wird gebaut. Ganz ruhig mal da drauf. Bauen noch mehr. Einheit bereit. Stoppen. Bauen. B.B. 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 jetzt irgendwas nach hause ist ein Mann und sie jetzt erstellen das oben kann rein und mal wieder speichern ich bin reichlich unbeeindruckt von jeder Oh, da unten sind noch mehr die Währung, die ich jetzt erst das soll ich mal für mich beanspruchen habe ich da eben... ich habe eben einen Tankhanger gehört das ist etwas, das mir nicht gefallen will ich hasse Tankhanger ich höre ihn, ich sehe ihn aber diese scheiß Tarnpanzer und da ist es perfekt oh, habe ich euch gut so gut gemacht dieser kack Tarnpanzer, oh, da brennt auch das passiert eben, wenn man raucht einheit verloren sammler wird angegriffen ja, einheit bereit, ja ok, zum Schluss sind wir jetzt keine Ärzte neben den Feindröcher einheit 2, 4, 4 Moment mal, wir fehlten Sammler 2, 4... Ah nein, ich habe ihn einig gesehen Oh, was wird das denn jetzt niedliches? Zwergenausstand hier oder was? ja, hier öffnen öffnen erledigt einheit bereit ich muss es mal an vernichelnde Feuerkraft sammeln einheit bereit haben wir auch sowas wie Luft einhalten oder was ich da keine Sorgen machen öffnen öffnen erledigt sammler einheit bereit äh unser Stützpunkt wird angegriffen äh 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 äh